Musik Junior Cup 2018, hier ist das Finale. Und so meine Damen und Herren, wir haben einen riesen Applaus, wir sind so frisch wieder. Die Siegermannschaft bekommt natürlich heute schon ihren großen Pokal und gewinnt zusätzlich eine Ehrung in der Volkswagen Arena vor einem Bundesligaspiel in der Stadionshow und eine Trainingseinheit an der Volkswagen Arena. Wir haben gut zusammengespielt, wir haben uns Ziele gesetzt, die wir erreicht haben und das Turnier war gut und hat Spaß gemacht. Musik